Hallo Leute, das ist jetzt ein ganz kurzes und letztes Video, bevor wir in den Urlaub in zwei Tagen fliegen. Und zwar ist ein Paket gekommen und das mache ich jetzt mal auf und davon wollte ich dann noch, bevor ich in den Urlaub fliege, ein Paket-Video machen. Und ja, ich stelle die Kamera dann mal hier auf. Einfach, dass es gerade so dunkel ist. Ich glaube, so sieht man ganz gut was. Ich glaube, so sieht man ganz gut was. Das war's. Das war's. Das war's. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules Damn Last Friday night Yeah, we danced on tabletops And we took too many shots Think we kissed, but I forgot Last Friday night Yeah, we maxed our credit cards And get kicked out of the bar So we hit the boulevard Last Friday night We went streaking in the park Skinny dipping in the dark Then had a menagered one Last Friday night Yeah, I think we both belong Always say we're gonna start Up and up This Friday night Okay, ja, also ich hab jetzt keine Ahnung, was diese drei Sachen hier zu bedeuten haben, aber ich werde mal gucken Es ist übrigens ein Pferd, aber ja, er weiß schon nicht, dass es ein Pferd ist Ich bin zwar schön Ich hol mal gerade einen von meinen Pferden aus meiner Sammlung Ich glaube, das und die Größe ist das einfach kleiner, das ist halbjahrer, gleiche Größe Äh, Fokus Boah, das fokussiert, das fokussiert schon wieder nicht mhm, jetzt. Da könnt ihr den Unterschied sehen, das ist wesentlich kleiner, aber ich werde das trotzdem irgendwie vollseh's. Können wir vielleicht auch ein Fohle sein. Oh, dann fällt mir bloß nicht um. Na dann auch schon wieder das Ostpakt-Video, ich hoffe das hat euch gefallen. Hier ist immer dieser Katalog. Dann sage ich mal bis in zwei Wochen und ja, ciao Leute.